Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MyTimeWithPorty! Unser Pferd ist schon wieder! Es geht doch langsam nicht mehr, ich brauche wirklich ein eigenes. Hey! Sorry, du bist so früh. Wir haben einen Problem mit dem Eufaula-Tunnel. Könntest du bitte nach oben und schauen? Welcher Problem? Wir sind nicht sicher. Es gab mehrere Pläne, seit wir begonnen haben. Ich habe die Exkabation für jetzt. Die Civil-Kurse sind auch in der Zeit. Aber ich möchte eine Bildungspieler. Ja, wir müssen uns demnächst ein eigenes Pferd kaufen, das stimmt. Okay, also erstmal eine Farmerweiterung, dann einen Stall und dann ein Pferd. Das kostet ja nur 15.000. Einsatz von... Das ist... Ne, das ist richtig obersteig. Das ist schon wichtig. Ach guck mal, das ist sogar noch besser. 13,5 ist das Maximum, der hat 11. Achja... Interessant. Gut zu wissen, das ist tatsächlich sogar noch besser. Aber ich hoffe, ich habe es tatsächlich bisher nicht gehabt. Ich habe nur gesehen, dass es einfach ein grüner Balken war. Moment mal, das ist der Vermittlungspieler, okay. Zwei Tage, alles klar. So, wir müssen erstmal den Ersteria-Topf zurückbringen. Damit ich in der Handels... Handelsgeld einen neuen Auftrag annehmen kann. Ja, das heißt, das ist also unsere nächste große... Higgins? Ne, ich würde schon sagen. Das ist unsere große nächste Investition. Erstmal die 20.000 Golds. Na, bleib hier. Für die Erweiterung unseres Hofs. Dann 10.000, 15.000 für den Stall, glaube ich. Und wir müssen noch den richtigen Stall erwischen, nicht den Hühnerstall. So, was haben wir da? Ah! Und dann halt entsprechend die 15.000 für das Pferd. Muss wahrscheinlich irgendwo reparieren, hm? Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Plan wo. Das ist irgendwo ein Rohr sein, was ich reparieren muss. Nee, wo ist es? Gibt's Kinds? Deine Informationen sind sehr ungenau. So viele Rohre gibt's hier nicht. Hier gibt's gar keins. Auf der Map ist sicher auch nichts. Vielleicht draußen? Ich meine, die Crest war hier drin, oder? Das ist natürlich wirklich auf dem Dach. Das kann auch sein. Dann schauen wir doch mal. Ob es hier draußen irgendwo ist. Da war. Nö. Also... Mich hätte es irgendwie gewundert, wenn es hier oben wäre. Und wir... Nee. Ach hier, nee, nee. Vielleicht hier hinten irgendwo? Lass mal mit ne Kiste. Ist auch schon praktisch. Mit zwei Marmor. Aber ich suche eigentlich ein Rohr. Könnt ihr mir ein Rohr zeigen, Kid? Ähm... Ah! Frau Lehrerin. Sehr schön. Ja, warum gleich so? War ja noch was? Kann schon sein, da war da was. Noch ne Kiste. Eine geheime. Eine Schleifklinge. Sparen wir uns ein paar Eisenbarren. Gerne. 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 Aber sehr, sehr gerne. Immer wieder mit Freuden. 15 Rufpunkte. Warum nicht? Das nehme ich doch gerne an. Ist aber nicht der Asteria-Topf gewesen, den ich eigentlich machen wo? Aber... Hab ich schon abgegeben? Doch, hab ich schon abgegeben. Ja, ne Gebirge. Gemälde. Ah! Machst du da oben, Pferdchen? Hm... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein dichter Dach, wilde Hühner schon wieder. Sam möchte etwas. Da hinten ist die nächste... Na, das Problem, was ich gerade habe, sind diese Alpeter-Dinger. Das ist Schießpulver. Kriege ich aus Steinen? Ach, vielleicht im Eufaula-Tunnel. Gucken wir doch mal da hin. Ja, so eine Teff-Teff hat ich erwähnt. Das ist mega geil, oder? Kannst du das schon machen. Müsste ich machen können. Was gefehlt hat, waren die Bronzeplatten. Aber da ist jetzt alles fertig ist. Können wir hier weitermachen. Brauche ich noch ein paar Eisenholz-Tieren? Ne, wa? Wahrscheinlich nicht. Wasserstoff. Bronzeplatten. Artholz-Tieren. Kupferrohre. Na, wo seid ihr? Seid ihr hoffentlich hier? Nice! Da seid ihr. Da habe ich euch erwartet. Sehr gut. Mein Wirt hat es aber voll. Ist schon 12 Uhr? Wahnsinn, ey. Wie schnell die Zeit vergeht. Wahnsinn. Okay. Das ist nicht viel. Was hier alles noch ist, ist ja Wahnsinn. Zimter. Energiestein. Das, das, das. Noch mehr Zimt. Wir müssen mal irgendwann alle Items mitnehmen und gucken, ob wir sie irgendwo reinpacken können. Aber ich glaube, die sind teilweise echt doppelt. Aber das macht erstmal jetzt nichts. Jetzt habe ich die Töff-Töff-Haltestelle dabei. Und dann sprinten wir dahin. Werden sie dort hinten hinpacken. Und werden in den Tunnel reingehen. In der Hoffnung, dort kann ich graben, um dort Salpeta zu bekommen. Hat das, ähm... Als merkwürdig, dass die Ziviltruppe, wobei das ist eine Nebenquest. Das ist keine Hauptquest. Ja, ich weiß es nicht. Aber Schießpol, wir müssen irgendwo herkriegen, ne? Wir haben Sulfat, aber das ist halt nur ein Bestandteil. Aber da muss ich auf jeden Fall hin. Das ist wichtig. In diese Mine möchte ich rein. Ah, ihr könnt mich mal am... Am Pferdeschwanz... Was? Okay. Ich muss da unten hin. Da ist doch eine Kiste vor mir. Soll ich bitte mein Schwert in die Hand nehmen? Danke. So, und die sind... Ganz woanders. Hinter dem Steinbruch. Da hinten irgendwo. Hinter dem Steinbruch. Da hinten? Aber, der Pfeil zeigt in die Richtung. Da sind sie auch schon. Ei, 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 ei. Also, Peter wäre cool. Das ist Remington. Tagschen, Brudi. Wohoho, hold it right there. I can't let you in. Arlo and Sam are in there checking to see what's causing the earthquake. Mint wanted me to take a look as well. No, 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 Arlo. Sam. Abbasteln. Can anyone hear me? We're here! Arlo! Who is here? Yeah. Sam and Mint are here too. We're okay. Oh, thank the heavens. Sei halt noch leiser. Nice. Cool. Als wären wir also unten wieder rauskommen in der Grube. Ja, that's the one. There's a locked door here. See if you're going to lock it from the other side. What is that? We're not alone down here. Hurry! Sam? Come on. We gotta hurry. Oh, sicher. Rudi. Ich hätte gerne eine Salpete. So, hier komme ich gar nicht weiter. Das ist ja doof. Ich möchte gerne eine Salpete abhackeln. Ich kam so schnell wie ich konnte. Hast du jemanden da gefunden? Ja, Sir. Arlo, Sam und Mint sind da drin. Wir werden die alten Meisterschaften nutzen, um sie zu erreichen. Nice. Die alten Meisterschaften? Das wird gefährlich sein. Hier, mach diese mit dir. Ich versuche, dir eine Hilfe zu geben. Hast du was anderes, was du vorbereiten musst? Ich warte für dich nach der Entrance zu der Meisterschaften. Ich habe doch hier vorhin zum Beispiel. Ja, und wo habe ich was von der Ingels Mine bekommen? Das ist korrekt. Ich bin noch nicht fertig. Das ist wirklich sehr praktisch, dass wir gerade die Haltestelle hierhin gepackt haben. Aber echt, wir können hier einfach mal wirklich komplett durch die ganze Wüste fahren. Das ist echt cool. 47 Minuten sind auch viel Zeit. Das stimmt. Aber es braucht uns jede Menge Zeit. Wir holen uns auch unsere Wundsalben. Fünf, wenn die mich nicht reichen. Die will ich haben. Nutzgegenstände. Die Wundsalben. Kräutermischungen. Räucherfleisch. Ich weiß nicht, ob ich so viel brauche. Kräutertee. Äpfel. Dann können hier das Kram nehmen wir hier rein. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Ah, der ist hier viel Schrott. Das ist unglaublich. Meine Fresse. Ich muss hier wirklich sauber machen. Lass uns auf jeden Fall das nächste Mal angehen. Wenn ich hier wieder zurück bin aus der Mine. Aber ich muss hier erstmal das ganze Wichtige mitnehmen. Ich glaube, das kann man noch Holz füllen. Okay. Egal. Wir lassen es trotzdem erstmal eine Kaktusfrucht. Dann lassen wir die auch erstmal hier drin. Aroma. 77 Aroma Äpfel. Oh nein. Okay. Wir nehmen das Krams noch mit rein, um 8 Ausdauer zu kriegen. Das Gemälde, was wir gerade eben erhalten haben per Quest. Zack. 438 Ausdauer. Nice. So muss das laufen, Leute. So muss das laufen. Und zur Not werden wir einfach in der Mitte arbeiten. Wobei ich nicht glaube, dass wir wirklich so viel essen brauchen. Wir nehmen erstmal das Räucherfleisch mit. Und die getrocknete Aprikose euch bekommen. Okay. Wie die bei Kindern in den Freien Städten und Umgebung. Und die Kräuter mischen. Wir können auch ein bisschen ein paar Kräutermischungen hier herstellen. Da. 33 Stück. Aus Kräutertees. Erste Hilfekasten können wir noch machen. Aus den Kaktusfrüchten. Und dann glaube ich, haben wir genügend Heilung dabei. 99 davon. Let's go. Wir haben 16.07. Wenn wir da sind, sind wir mal bei 17 Uhr. Aber wir werden einfach wirklich eine Dreiviertelstunde durchlaufen. Tritsch können wir hin und herlaufen, um unsere Zeit zu überbrücken, wenn wir das wollen. Alfred steht darauf. Ready. Let's go. Das ist schon ganz unten, oder? Juhu. Total bescheuert, dass es keinen Fallschaden gibt. Bereit? Gehen wir. Okay. Hier wir gehen. Ich hoffe, ich habe genug für Ausdauer dabei. Da ist doch bestimmt sein Peter, oder? Ja. Ein Hammer der Ziviltruppe. 200 Angriff. Er ist doppelt so stark. Das ist richtig. Aber ich werde ihn nicht nutzen. Okay. Wir schauen gleich mal, ob ich irgendwo sein Peter abbauen kann. Erstmal nicht. Aber der hat ja keinen kritischen Trefferschaden, ne? Der hingegen hat halt kritischen Trefferschaden. Nein, ne. Ist schon gut so. Alter. Ist einfach abgehauen. Seil Peter. Nice. Okay. Also die gehen ja bringen Seil Peter. Wir probieren die Waffe mal aus. Okay. Der Wirbel-Attack ist nice. Okay. Das ist wirklich sehr nice. Aber es ist halt sehr, sehr sperrig, der Angriffene. Wie cool ist das denn bitte? Äh, das ist ekelhaft? Ich glaube, ich komme über später noch lang. Uiuiui. Uiuiuiui. Okay, ich habe erst mal aktuell eh nur einen Weg. Okay, die Zeit bleibt stehen. drin ist gut. Drei davon. Skorpionwürmer wahrscheinlich, wa? Schleim. Zellwürmer. Energiesteine droppen die Dinger. Ist ja bösartig. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Salpeter. Sechs Stück. Nice. Das ist kein Schießpulver craften. Sehr, sehr gut. Das dachte ich mir nämlich schon. Dass wir hier in der Mine das bekommen. Hätte ja gedacht, ich kann es abhacken. Dann kriege ich es nicht durch Gegner, aber gut. Die sind elektrisch. Tatsächlich finde ich den diesen Angriff deutlich angenehmer. zum zum Wischen, wisst ihr? Als dass ich drauf schlage. Das ist so. Verschwinden. So. Peter, nice. Ah, guck mal, der setzt uns unter Strom. Was ist das eigentlich für eine Zivilgarde? Oder Ziviltruppe? Muss sagen, mir gefällt meine Wache deutlich besser. Das tut mir leid, Remington. Guck mal da. Energiesteine. Ah, wie viele Energiesteine wir hier haben. Kann ich die Tür aufmachen? Haben wir noch eine Silberkiste? Falle? Nein. Ein Industriemotor. Ich habe mir die Aprikosen ganz kurz. Ach, da habe ich mehr Ausdauer. Das will mir ja kein Leben. Da habe ich kurz Rächerfleisch, wobei ich glaube, es ist nicht notwendig. Das ist ein cooler Dungeon. Dass man hier so ein bisschen hüpfeln muss. Das war knapp. Hau mal drauf im Hammer. Es ist ein Schiff. Vielleicht ist es für eine Tür irgendwo. Sieht aus wie ein Gesicht, oder? Hier die zwei Augen, da der Mund. Witzig. Ah, ich habe schon viel, glücklicherweise. Huh. Das hat funktioniert. Einschalten. Du kannst mich mal. Einschalten. Yay, Togo. Ähm, ja. Guck mal wieder zu dem Hauptraum zurück. Wo wir die drei... Der Hammer macht viel Schaden, das muss man schon sagen, aber mein Schwert ist einfach deutlich schöner. Wo wir die zwei anderen Wege noch hatten. Das ist aktuell wohl nur ein anderer offen. Hattest du nicht noch gesehen, dass ein Tor aufging? Alter, sind wir echt so weit gelaufen? Ist ja Wahnsinn. Naja, das ist noch zu. Also, diese sind die alten Schäfte. Ich weiß, dass du dich selbst handeln kannst. Aber wir müssen jetzt extra vorsichtig sein. Es ist gesagt, dass es Menschen auf dem Boden von den alten Tagen hier hervorkommen wurden. Die Räume sagen, dass sie nicht mehr Menschen sind und sie haben etwas anderes geworden. Ah, ich glaube, Zombies wird es in einem Game hin nicht geben. Aber ich denke, das sind die Würmer, die aus dem Boden hervorkommen. Ach, schade, dass ich meine Waffen nicht dabei habe. Sehr ärgerlich. Chef Honro. Sehr gut, Bruder. Lieferst, schwinde, Alter. Könnte ich auch mal so lange warten, dass Remington wieder... Remington? Ah, ist wirklich so. Ist Remington wieder am Start? das. Das kann glaube ich schon eine Weile dauern. Ja, wow, 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 wow. Stoffe, feines Fell, okay, also nicht so geiles Zeug, aber man Stoffe bekommen. Immer noch einen verbesserten Energiestein. Ja, ach so, das war der Zugang zu dem anderen. Haben wir ja auch noch was drin? Nee. Ist da eine Kiste irgendwo? Man weiß ja nie. Bessere Übersicht von hier oben. Ja, der hat mich auf jeden Fall einige, einige, einige Kräutermischungen gekostet. Doof, Alter. Ausdauber wieder eingestellt. Ähm. Hier ist nichts. Ups. Welche Tür hat denn aufgemacht? Ich hätte jetzt... Ach, da. Ich hätte jetzt gedacht, die in einem anderen Raum. Wahrscheinlich nicht. Das sieht sowas von pervers aus, oder? Sieht das pervers aus, oder nicht? Hier ist die Tür übrigens. Okay. Ah, ja. Ah, wusste ich doch. Wusste ich da? Den Gang gibt es doch hier nicht umsonst. Einfache Wundsalbe, drei Stück. Das ist passend auf jeden Fall für die Mission hier. Okay, das ist schon um Ride den Hammer zu nutzen. Mein Mauskursor ist weg. Saipeter und Bleierze. Vor allem, dass die Dinge einfach Bleierze droppen. Und Saipeter. Umgenatzt, das drecks viel. Ja, warum gängst du hier lang? Sehr interessant. Ja, da war es tatsächlich gut. Ich hoffe, ich kann ihn behalten. Aber ich glaube, den wird er mir wieder abnehmen nach dem Dungeon. Den wird er mir wohl nicht schenken. Ein bisschen overpowered die Heilung. Tut mir leid, liebe Kräutermischungen. Ich habe mich alle mit so viel Liebe hergestellt. Und habe mich einfach so nutzlos verwendet. So, schauen wir uns wieder um. Ob es hier irgendwo noch ein paar geheime Kisten gibt. Entmicher. Ich bin ja ein ein geheimer Entdecker von allem. Da oben sieht es sehr verdächtig aus. Ich weiß, dass da links eine Silberkiste war. Keine Sorge. Bin ich blind? Naja, aber da hinten ist einer. Ihr gemein Fieslinge. Gepolsterter Hocker. Oh, für mein Zuhause. Schön. Und noch ein kleiner Silikonchip zweimal. Oh, mein... Ey, mein Mauskos ist weg. Ist ja nervig. Max und der plus drei. Mauskos ist wirklich weg. Auch hier weg. Ist ja nervig. Gut, dann haben wir jetzt den Hauptweg noch offen. Aber warum? Ah, ich sehe meinen Mauskos nicht mehr. Guck mal, VoiceOver gibt es sogar auch in... Okay, Englisch und Chinesisch. Minikarte drehen. Ah, das ist ja nervig jetzt ohne Mauskos. Aber gut, das muss man durchhalten. So, letzte Tür auf. Oh, ich hätte doch da langlaufen können. Letzte Tür offen. Let's go, ja. Alle sind schon tot. Die werden nicht mehr leben. Das ist Sams Boxinglove. Sie müssen hier durchgebracht haben. Warte, da hinten noch. Sam? Arlo? Hm, wir müssen uns auf der richtigen Weg. Komm, komm. Remington hebt Sams Boxhandschuhe auf. Ich habe die nicht mal gesehen, aber gut. Hä, die Grab ist ja ein bisschen buggy. Ein bisschen. Nichts für uns drinnen. Huah! Zack! Meine zweite ist immer sehr, sehr langsam. Bin ich den ersten... Ja, es ist deutlich schöner. Bevor er mich da strom versetzt. Und da ist noch einer. Noch ein Motor. Hm, brauche ich wieder Energiesteine? Nein, diesmal nicht. Okay. Ich würde sagen, wir machen die Mission noch, weil dann ist es, glaube ich, auch schon spät genug, dass wir schlafen und ich kurz das Spiel neu starten kann. Nervt mich das ohne Cursor? Hahaha. Hahahaha. 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 Ich denke, ich denke, da wird noch ein paar kleine Freunde mitbringen. Wir kommen. Remy! Remy! Nimm den Schaden erstmal in Kauf. Oh, 127 ist mir ein bisschen viel. Zack. So viel klappt man. Das ist natürlich auch nice. Ich werde auf Dauer ein Mitglied der Ziviltruppe. Huah! Zack! Er bohrt sich drin, der Typ. Huah! Erledigt! Ich habe einen Diamant bekommen. Und eine große Bohrerspitze. Ah! Ich kann Bohrer basteln wahrscheinlich. Was war das Ding? Ich denke, es muss durch unsere Drillung erwachsen sein. Eine AI-Machine liegt in der Vergangenheit aus dem Vergangenheit. Wie etwas, das du in den Peripherien findest. Schau mal an diese Marken, die es auf dem Pferd gemacht hat. Das muss wohl die Sorge der Ziviltruppe sein. Sieht aus, dass wir hier in der Zeit gekommen sind. Du hast keine Ahnung. Ich dachte, wir werden zerbrochen. Alles dank der Bünder. Wir mussten durch viele Gefühle, um zu diesem Punkt zu kommen. Wie hast du hier denn? Wir mussten einen Weg raus. Mint dachte, es war ein Draft, der hier durchkommt. Diese Tür. Ob wir noch etwas haben. Für mich. Ne. Das sieht nicht nach irgendwas aus, was ich hier noch mitnehmen könnte. Also leider nach draußen. Aber in die Mini kann ich hoffentlich öfter mal rein. Ich sag, Peter und so weiter farmen. Vielleicht ist das jetzt auch sowas, wo wir wieder viel Level haben. Wir müssen weg- Wir sind weg. Hahaha! Das war ein gitarre Weg. Na gut. Komm doch, der Herr muss noch immer überrascht werden. Herr Herr Gale! Oh! Wie hast du weg? Wie hast du weg? Wie hast du weg? Long story, aber wir sind sicher. Ah, das wird mal interessanter. Ah, das ist der Hingst wieder ein bisschen böse auf mich. Beziehung zu vielen verbessert, sehr gut. Ist leider keiner. Alter, dieser fehlerhafte Cursor triggert mich so hart. Weiß ich mal, wo ich hinklicken soll, Alter. Da ist er. Ah, ich habe ihn wieder. Nice. Da ist er wieder, der Cursor. Muss doch nicht neu starten. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir waren dort ganze... Das ist ja wieder nice. Wir waren dort ganze eine Stunde drin. Mal erst mal aus, die Sache. Das Bronzor ist fertig. Das freut mich wirklich. 23 habe ich davon. Wir können da noch ein paar machen. Wir können Flaschenzüge machen. Lagerung. Können wir noch ein paar Lagerungen machen. Machen wir mal am Maximum 6. Gut, den Rest lassen wir hier noch einfach machen. Wir füllen hier mal auf. Ich glaube, dann habe ich echt genug Carbon-Stahl-Baren erst mal. Will ich erst mal alle anderen Erze verarbeiten. Mal mehr Glas, mehr Bronze-Baren, dies, das und so weiter. Eisenbarren vor allem, ja. Holzkohle ist fertig. Ja, okay. Dann lassen wir das erst mal. Dann machen wir weitere Eisenbarren. Und hier wird weiter Glas gemacht. Das ist noch wichtig. Das bleibt weiter so. Sehr schön. Das Problem ist, was ich jetzt habe. Pferd, wo bist du? Kann es sein, dass ich heute in der Handelsgilde keine einzige Mission angenommen habe. Das würde mich sehr ärgern. Aber ich kann sie noch ein. Vielleicht wäre er noch. Uff, nichts mehr da. Stahlmuscheln. Stahlmuscheln, na gut. Dann machen wir mal. Achso. Habe ich da noch einen? Ah. Soll ich damit mal anfangen, ne? Gut. Dann kann ich den zweiten gar nicht mitnehmen. Alle anderen Handelsaufträge waren schon weg. Kann aber auch sein, dass ich heute schon was gemacht habe. Aber ich glaube nicht. Aber ich bin schon seit 33 Minuten. Okay. Wir machen erst mal eine kleine Pause, meine Freunde. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.